Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ziehen wir den Gewinner von dem Giveaway mit der AWP Asimov in Fieldtested und bevor der erste gleich fragt, ja wieso kommt es jetzt heute, es ist schon Donnerstag und das Giveaway liefert nur bis Sonntag und da habe ich halt eine einfache Ausrede, also Ausrede würde ich es nicht nennen, aber einfachen Fakt sagen wir mal und zwar habe ich einfach darauf vergessen. Warum? Das Asimov Giveaway war bis jetzt das längste Giveaway, was von der Zeit her dauerte, weil es auch bis jetzt der tollste Skin war und ja nach drei Wochen denkt man halt nicht mehr so dran. Heute spielt es mir wieder ein und ich dachte mir nur so, oh shit da war doch noch was. Und ja deswegen könntest du sogar noch hier am Datum ziehen, 9.6. es ist knapp 19 Uhr und ja. Ja dann ziehen wir gleich mal den Gewinner würde ich sagen, dass das hier nicht zu lange dauert, weil ich muss das hier dann noch rendern und bearbeiten und so Spaß halt. Es ist Epic Döner. Guenta Jung. So ist es echt nicht ein Mutzung, der sich jetzt auf die E-Mail-Adresse zeigen soll. Habe ich sie bis jetzt immer gezeigt oder rausgearbeitet? Öhh keine Ahnung. Muss ich mir dann in einer anderen besagen. Auf jeden fall. Ich glaube das ist der erste Österreicher der bis jetzt gewonnen hat. hat er gewonnen mit dem ticket 2791 mit dem er mich abonniert hat ja okay gut dann herzlichen glückwunsch du hast diese schöne asimov gewonnen und ansonsten also ja und falls sich der eine oder andere von euch fragt wieso ich jetzt auf einmal so viele lives habe weil das sind ja drei neue dabei ich weiß nicht ich will nicht spoilern ich verlinke euch die videos dazu einfach mal in der endcard und sonst noch was zu sagen wenn euch das video gefallen hat lasst mir daumen nach oben da bis zum nächsten gbw könnt es vielleicht etwas dauern mal sehen wie es kommt vielleicht lag ich ja noch mal rein bei dem case opening oder so und dann oder irgendwie halt mal schauen und ja abonnieren favorisieren und den ganzen spaß und ich laber gerade so viel scheiße ja gut auf jeden fall tschau und bis zum nächsten mal nächsten mal euer alex